Hallo, heute werden wir Sprinklerbewässerungssysteme sehen und lernen, einschließlich der Installation von Sprinklerbewässerungssystemen, und wir werden auch eine Reihe verschiedener Arten von Sprinklerbewässerungsköpfen sehen. Bleiben Sie also bis zum Ende des Videos bei mir, weil Sie es tun werden eine Menge Dinge lernen. Sprinklerbewässerungssystem Beginnen wir also mit der ersten Art von Sprinklerbewässerungssystem. Um ein Sprinklerbewässerungssystem zu installieren, benötigen Sie ein Rohr, das das Wasser von der Wasserquelle zum Sprinklerkopf leitet, und hier kaufen wir ein 3-4 Zoll Rohr, weil unser Sprinklerkopf ist auch 3-4 Zoll, danach verbinden wir unser Rohr mit dem Wasserhahn oder der Wasserpumpe und dann verbinden wir das andere. Ende des Rohrs mit unserem Sprinklerkopf. Stecken Sie danach Ihren Sprinkler in den Boden und drehen Sie den Wasserhahn auf. Das Wasserhahn steht im Wasserhahn in den Boden und drehen Sie den Wasserhahn, den Boden und drehen Sie den Wasserhahn. Das Wasserhahn ist übrigens nicht so, dass der Wasserhahn ist. Das Wasserhahn ist es nicht so, dass er sich nicht so nahe, sondern wird es nicht so, dass er sich nicht so nahe. Der Sprinkler perfekt funktioniert, aber eine Sache, die ich vergessen habe, ist, dass Sie diesen Sprinkler über dem Knopf öffnen können, falls Sie die Höhe Ihres Sprinklerkopfes erweitern möchten, und Sie können dies durch Anschließen erreichen das andere Rohr von unten, anstatt von der Seite anzuschließen. Wir haben jetzt also bereits gesehen, wie der erste Sprinkler funktioniert, also lassen Sie uns versuchen, eine andere Art Sprinkler zu installieren, nämlich einen rotierenden Sprinkler, der sich um den Bereich dreht, indem er Wasser versprüht. Ich werde Ihnen später andere Arten von Sprinkler zeigen. Als ich versuchte, mich diesem Sprinkler zu nähern, um dieses Video aufzunehmen, tropfte das Wasser auf mein Gesicht und sogar auf meine Telefonkamera, so dass ich das Wasser nie wieder mit einer solchen Geschwindigkeit einschalten würde, um Schäden an meinem Telefon zu vermeiden, und damit Sie es könnten Dinge genauer sehen. Lassen Sie uns also zu einer anderen Art von Sprinklerbewässerungssystem übergehen, die Ihnen bereits bekannt sind, da Sie sehen können, dass diese ein wenig anders sind. Sie können sehen, dass Sie eine größere Höhe haben und am unteren Teil gibt es Ellbogen und BVC-Kupplungen, die alles verbinden zusammen und Sie können sehen, dass Sie Ihre Rohre nicht unbedingt unterirdisch vergraben müssen, Sie können sie einfach an der Oberfläche lassen, wenn Sie möchten, und auch wenn ich alles auf dem Boden vergraben würde, könnten Sie wahrscheinlich nicht sehen, wie alles miteinander verbunden ist. Schauen Sie sich also genau an, wie dieses System installiert ist, und Sie können sehen, dass dieses System anders ist und Sie mehr als einen Sprinklerkopf entlang derselben Leitung anbringen können. Aber Sie benötigen auch viel Druck und Durchflussrate, um dies zu tun, um jeden Sprinklerkopf mit ausreichend Wasser zu versorgen. Schauen Sie einfach selbst genauer hin und lernen Sie, wie verschiedene Komponenten miteinander verbunden sind und wie Sie es selbst tun können. Den Link zum Kauf all dieser Komponenten finden Sie in diesem Video. Sie fragen sich vielleicht, warum das Wasser nicht so schnell austritt wie am Anfang, ja, es kommt wirklich nicht so schnell aus wie am Anfang, weil ich es verlangsamt habe, damit ich näher an diese Sprinkler herangehen kann, damit ich es zeigen kann, du liebe Zuschauer, damit du alles genauer sehen kannst. Diese Art von Sprinklerbewässerungssystem kann also verwendet werden, wenn Sie einen größeren Teil des Landes oder der Form bewässern möchten, aber wenn Sie nur einen kleinen Hausgarten haben, sind die vorherigen Sprinkler besser für Sie, da sie auch viel sind billiger im Vergleich zu dem, das Sie jetzt sehen. Gehen wir also dorthin, wo das Wasser anfing, und da Sie sehen können, dass es ein breiteres Rohr gibt, das das Wasser hierher bringt, und dann das Wasser in mehrere Rohre geteilt wird, die das Wasser zum Sprinklerkopf leiten, können Sie sehen, dass hier ein Wassventil ist abschließen kann, Ich kann nicht nur sagen, dass jedes Sprinklerbewässerungssystem von dem Zweck, den Sie bewässern möchten, und, vielen anderen Faktoren abhängt. Lassen Sie mich Sie also zur Zuckereplantage bringen, damit ich Ihnen noch größere Sprinkler zeigen kann, falls Sie Sprinklersysteme auf Ihrer Form installieren möchten. Dies ist also ein Bewässerungskanal, in dem Wasserpumpen installiert sind, um das Wasser aus seiner Quelle zu pumpen zum Sprinklerkopf und da Sie sehen können, dass je höher der Sprinklerkopf installiert ist, desto mehr Oberfläche kann das Wasser bedecken. Wenn Sie also ein großes Ackerland haben, ist es eine gute Idee, Ihre Sprinkleranlage in viel höheren Lagen zu positionieren, um die Reichweite des Wassers zu erweitern. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie diese Ständer konstruiert sind, da Sie sehen können, Dass es sich nur um ein paar Eisenrohre handelt, die zu einer Stativständerform zusammengeschweißt wurden, und dann dient ein weiteres Stück Eisenrohre als Wasserkanal, aus dem das Wasser abgeleitet wird, der Boden zum Sprinklerkopf. Das war's also, meine Leute, wenn Sie sich also für diese Art von Sprinklerbewässerungssystem interessieren, sehen Sie sich den unten stehenden Link zum Kaufen an und wenn Sie daran interessiert sind, Ihr Wissen in den Bereichen Bewässerung, Elektrotechnik und Mechanik zu erweitern. Ich empfehle Ihnen dringend, sich kostenlos bei Schilshaare anzumelden, indem Sie den Link oben in der Beschreibung unten verwenden. Wenn Sie meinen Link verwenden, erhalten Sie 30% Rabatt auf die jährliche Mitgliedschaft. Sehen Sie sich also das Schilshaare-Programm an und Sie werden es nicht tun bereuen. Sie werden hier, weil Sie wollen die DC-Electric-Circuits machen wollen, nicht? This is the perfect course for you, if you are a complete beginner and want to understand the circuits. We will start... ... ... ... ... ... ...